Ja, es ist natürlich sehr ambitioniert, seinen eigenen Wafer zu machen, seinen eigenen Chips. Und wir haben jetzt einen Vortrag, wo uns jemand erklärt, wie man zu Hause Elektronenstrahllithographie selbst machen kann. Und wir schalten jetzt um zu dem Vortrag. Und los geht's. Hallo. Hi there. Dieser Vortrag ist darum, wie man seinen eigenen PMMA-basierten Resist machen kann für Elektronenstrahllithographie. Das bedeutet, es funktioniert noch nicht alles perfekt, aber es ist ein Anfang. Und hauptsächlich interessieren wir uns dafür, On-Chip-Strukturen zu machen. Das heißt, photonische Komponenten zu bauen, also Wellenleiter auf der Größe eines Chips. Und wir möchten auch gerne MMS-Geräte bauen. Und das ist etwas, was wir versuchen wollen. Natürlich kann man natürlich auch Elektronenstrahllithographie und Masken machen für Halbleiter. Aber das ist außerhalb unseres Scopes. Das machen wir hier nicht. Aber es ist auch sehr, sehr faszinierend, sehr interessant. Und wir wollen Elektronenstrahllithographie zu Hause machen. Und wir brauchen natürlich ein Rasterelektronenmikroskop, das tatsächlich relativ günstig ist, zwischen 1.200 und 1.500 Euro, wenn man auf Ebay sucht. Also neben dem REM braucht man noch die Chemie dafür. Und die Sache ist, die Chemie, die die Profis benutzen, ist ziemlich teuer. Und wenn man die üblichen verdächtigen Verkäufer sucht, Händler, und das ist mehr als ein altes Rasterelektronenmikroskop kostet. Also was können wir machen? Das heißt, wir kochen unsere eigene Suppe. Und vielleicht ist sie gut genug für das, was wir brauchen. So, was ist EBL? Das bedeutet Elektronenstrahllithographie. Und im Wesentlichen ist einfach, das, was man für ein Rasterelektronenmikroskop hat, das benutzen wir für Lithographie. Das heißt, der Elektronenstrahl ändert die chemischen Eigenschaften von dem Resist, von der Oberfläche. Und da kann man Bilder auf dem Resist zeichnen, auf die empfindliche Oberfläche mit dem Elektronenstrahl. Und was blöd ist, das ist sehr langsam verglichen mit anderen Lithographieverfahren. Die Elektronen laden den Resist auf und behindern sich mit dem Resist und dem Substrat. Und man kann das vielleicht beschichten mit einem hoffentlich nicht störenden, leitenden Schichtbeschichten. Aber manchmal ist das nicht möglich, weil es manchmal das unterbindet, was man eigentlich machen will. Es ist auch nötig, dass dein Arbeitsplatz auch vakuumkompatibel ist. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht nicht der richtige Prozess für das, was du machen willst. Auf der Seite der Vorteile hat man natürlich, dass man keine Masken braucht. Es gibt andere maskenlose Prozesse, wie zum Beispiel DLE oder Laserprojektionen, was auch großartige Sachen sind. Das andere ist, dass im Prinzip kann man prinzipiell sehr hohe Auflösungen erreichen mit Elektronenstrahl-Litographie. Weil man Elektronen benutzt, kann man die Debräuchwellenlänge vernachlässigen. Von 100 Nanometern kann man völlig ignorieren. Und es gibt eine breite Möglichkeit von Sachen, die man benutzen kann. Es gibt verschiedene Resists, verschiedene elektronenempfindliche Schichten. Wir haben Nitrocellulose probiert und NC, und das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben eine der üblicheren benutzt, Polymethylmetacrylat, PMMA. PMMA kriegt man in verschiedenen Molekülelängen oder Gewichten. Und man kann die durchschneiden oder verlinken. Und soweit wir wissen, ist PMMA der am besten dokumentierte Resist für ESL. Man bekommt es leicht und es ist billig. Es gibt verschiedene Lösungsmittel. Manche sind gar nicht mal giftig. Und wenn man moderne Resists benutzt, unter den modernen Resists, wenn man die ganz modern ausacht lässt, dann kann man mit PMMA sehr hohe Auflösungen erzielen. Wir benutzen PMMA als einen positiven Resist. Das heißt, die Elektronen erzeugen eine Kettenreaktion, die die PMMA-Ketten zerschneiden. Und dann sind sie leichter im Entwickler löslich. Der positive Prozess selbst ist ziemlich einfach. Man macht eine Rotationsbeschichtung für das Resist und dann muss man es einmal vorbacken, um das restliche Lösungsmittel rauszukriegen. Danach steckt man es in das Elektronenstrahl-Lithographensystem und belichtet es. Und dann entfernt man den entwickelten, den belichteten Resist-Teil mit dem Lösungsmittel, mit dem Entwickler. Und danach kann man die nächsten Prozesse dann benutzen, um die Strukturen aufzubauen, die man haben will. Der Entwickler, den wir benutzen, ist IPA und MIBK in einer Mischungsverhältnis von 3 zu 1. Es gibt verschiedene Masken. Man kann es als Maske verwenden, wie bereits erklärt, aber auch als Strukturelement, sogenanntes MMES, oder als strukturelles Element für Hochfrequenzanwendungen. Als EBL-System nutzen wir, wir benutzen einen Rectifier, Okay, also ihr könnt jede CAD-Software verwenden, die ihr möchtet. Ja, ihr könnt eine ganze Menge an Software verwenden, um das Design zu machen, für das, was ihr ätzen wolltet. Am besten benutzt ihr die typischen File-Formate. Noch ein anderes Dateiformat definiert für die Aufgabe, weil es viele Features nicht da waren, die wir brauchten für moderne Verfahren. Und es gibt verschiedene Strategien, verschiedene Scan-Strategien, zum Belichten, damit wir nur über den Teil vom Resist gehen mit dem Elektronenstrahl, den wir belichten wollen. Und das meiste sind mit Zeilen, wo wir unterschiedliche Geschwindigkeiten scannen. Und man scannt langsam in den Polygonen und schnell außerhalb von denen, die man belichten will. Und wir benutzen RedBetire als den Controller, weil man die ganz einfach kriegen kann. Und die sind gut genug dafür. Wir haben einfache Jupyter-Notebooks und können darauf einfach unsere Skripte erstellen, die wir brauchen. Elektronenoptik ist aus Benutzersicht ähnlich wie optische. Das heißt, man hat auch Verzerrungen und ähnliche Probleme. Aber man kann den Scan transformieren, um das zu kompensieren. Um die Kamera-Eigenschaften benutzen und für fiducial Erkennung braucht man unter Umständen mehrere Durchgänge, Mehrfachbelichtungen. Und wir empfehlen OpenCV und das ist alles frei verfügbar. Ein ärgerlicher Effekt ist manchmal, dass der Strahl nicht beliebig scharf ist und durch die Elektronenstreuung im Resist und Rückstreuung im Substrat. Und das ist das, was die Auflösung begrenzt, wenn man wirklich hohe Auflösungen haben will. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Man kann die Elektronenenergie erhöhen, dass die Eintrittsregion kleiner ist. Und man kann auch dem Effekt beginnen mit Inverser Faltung. Und man kann den Effekt messen oder simulieren. Und PEC-EBL ist ein Open-Source-Tool, was wir dafür verwenden. Und das ist eine Art von PMMA, die wir benutzen. Das kann man einfach bei Amazon kaufen. Normalerweise kann man damit Fingernägel reparieren, glaube ich. Und DCM ist ein häufig verwendetes Lösungsmittel, aber das ist ziemlich ungesund. Und Xylol funktioniert auch. Das ist nicht so schlimm. Toluol kann man auch benutzen, aber ist auch ziemlich giftig. Anisol ist vielleicht das Lösungsmittel der Wahl. Das ist nicht giftig, verglichen mit den anderen. Und funktioniert gut mit PMMA. Aber man muss es auf 70 bis 90 Grad aufheizen. Das ist unser improvisierter Rotationsbeschichtungsanlage. Das ist ein kleines Stück, was wir beschichten wollen. Und nach dem Beschichten müssen wir es erst einmal backen, bei ungefähr 100 Grad Celsius, für einige Minuten, damit das Lösungsmittel verdampft. Und das ist das Testmuster. Okay, unser erstes Ergebnis war noch nicht so gut. Die Differenz ist 100 Mikrometer groß. Und der Abstand zwischen den Linien ist 100 Mikrometer. Ein Beispiel von nicht gewollter Verbindung ist das hier. Das lag unter anderem an einer zu hohen Dosis des Elektronenstrahls. Das hier ist ein wesentlich besseres Beispiel. Und ein anderes Beispiel von nicht gewollter Verbindung. Diese beiden Quadrate sind 10 Mikrometer groß und sie sind gefüllt. Das hätten sie nicht gesollt. Und vielen Dank an Sleepy Oil, dass er uns die Grundlagenplatinen gegeben hat. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Vielen Dank für den Vortrag. Lasst uns mal gucken, ob wir Fragen haben. Gibt scheinbar keine. Gerade jetzt im Moment. Okay, Leute, wenn ihr Fragen habt, dann kommt, macht mal. Nutzt unsere Kommunikationskanale, Twitter oder IRC. Im anderen Fall, lasst mich mal kurz eine Frage stellen. Was ist so die Auflösung, die man mit dieser Technik erreichen kann? Deine Frage ist, wie weit man kommen kann mit der Technik. Ja, also kleiner als ein Mikrometer, das ist möglich. Aber es ist immer noch ein Entwicklungsprozess. Also, wir sind noch dabei herauszufinden, wie wir 100 Nanometer erreichen können. Also, wenn jemand an den Folien interessiert ist, könnt ihr die veröffentlichen? Ja, das werden wir machen. Okay, wie finden wir die? Ich werde sie auf meinen GitHub legen und dann einen Link über meinen Twitter-Account verschicken. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Dann kriegen wir das auch. Vielen Dank. Ja, es scheint, als gibt es keine weiteren Fragen. Wir warten noch mal einen Moment, ob noch mal was kommt. Möchtet ihr vielleicht noch was fragen? Nicht so wirklich. Es gibt da noch eine Sache. Ihr habt eine Substanz genannt, die nicht so ganz gesund ist oder gesund sein könnte. Was ist die Giftigkeit dieser Komponente? Welche, das Toluol oder DCM? Beide können dir Krebs verursachen. Also, vielleicht Handschuh tragen. Okay. Und ich würde einen Luftabzug empfehlen. Ja, ja. Die Küche wäre also möglich, aber möglicherweise möchte man mit diesen Chemikalien nicht unbedingt in der Küche arbeiten, oder? Ja, das stimmt. Okay, noch mehr Fragen? Ja, wir haben jetzt Fragen. Was für Strukturen möchtet ihr produzieren am Ende? Habt ihr da etwas im Kopf, was ihr machen wollt? Und wo ihr sagen würdet, hurra, das hat Erfolg, hat Erfolg. Also, wir würden gerne optische Gitter für 400 Nanometer Laserlicht produzieren. Wir würden gerne externe Kavitäten für Diodenlaser implementieren. Sind das auch selbstgebaute Laser? Oder habt ihr da ein Labor? Ich kaufe Diodenlaser, also ganz normale Laserdionen. Okay, ja. Und es sind Fabri-Perot-Laserdionen. Ich möchte sie modifizieren. Ja, klar. Was ist die Ausgangsleistung? Ich möchte welche mit 10 Milliwatt verwenden. Also, nicht so starke Leistung. Oh ja, aber schon, du kannst damit schon deine Augen verletzen, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Also, ich möchte hier nichts empfehlen, was so gefährlich ist. Nächste Frage. Was kostet so ein Waver? Unser Elektronenstrahlgerät ist ein sehr altes Elektronen-Mikroskop. Ein sehr altes Elektronen-Scanning-Mikroskop. Und es kostet so 500 bis 1500 Euro auf Ebay. Auf Ebay? Es ist wirklich ein Gebrauch, das ist ziemlich alt. Und man muss dann halt einen Signeralerzeuger da anschließen. Und dann ein ziemlich crappy LVA-Gerät. Wenn man die Pumpen für das Markum noch mit einberechnet, braucht man etwa 1 Kilowatt. Also, ich habe es nichts gerechnet, aber es scheint so, dass man nichts Besonderes braucht dafür. Also, nichts außer dem Equipment. Das ist cool. Habt ihr eventuell mal UV-Strahlung verwendet oder ausprobiert? Warum? Liegt es daran, dass ihr nur an Elektronenstrahlen interessiert seid? Ja, das ist das eine. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie man die Auflösung mit UV-Licht erreichen könnte. Und im Gesamten, dieses Elektronenstrahlsystem ist tatsächlich einfacher. Zumindest um damit Mikrometer-Auflösung zu erreichen. Ich sehe. Okay, da kommt noch eine Frage. Es geht um die Frequenz. Wie schnell könnt ihr den Elektronenstrahl schalten? Was ist da eure Glockfrequenz? Also eure Schaltfrequenz? Wir möchten keine ICs, keine Halbleitergeräte produzieren. Es geht mehr um mikromechanische Geräte und optische Geräte. Nächste Frage, wo kann man die Chemikalien kaufen? Braucht man da eine spezielle Lizenz für oder so? Weil das sehr giftig ist und so weiter. Also in Deutschland sind die einfach so verfügbar. Man kann die bestellen in bestimmten Online-Shops wie S3-Chemikalien. So normalerweise, wenn man eine größere Forschungseinrichtung ist, dann kann man die auch bei Sigma Aldrich bestellen. Aber nicht privat. Noch mehr Fragen kommen hier rein. Verpackt ihr die ICs irgendwie in einem Gehäuse? Nee, bisher nicht. Also wir machen keine ICs so in dem Sinne. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, wie man dieses Fotoresist mischt oder dieses Resist im Allgemeinen mischt. Also für uns ist bisher keine IC-Verpackung möglich. Wie lange habt ihr da so bisher dran gearbeitet? Einige Monate bisher. Das ist eigentlich relativ kurz für den Erfolg, den ihr bisher habt. Eine andere Frage, was benutzt ihr damit, die Teile zusammenhalten? Zurzeit haben wir keine Verbindung dazwischen. Man kann Epoxy natürlich benutzen, um den Chip auf irgendwas aufzukleben oder so. Ja. Okay. Da kommt noch eine andere Frage, die ist mehr so nach eurer Motivation. Gibt es vielleicht so ein paar Projekte, die nicht möglich wären ohne euren Ansatz? Ja, speziellen optische Devices. Also es ist der einzige Weg, mit dem man spezielle Optiken produzieren kann. Also die Motivation ist, diese optischen Teile zu produzieren, wie die Gitter, was ich vorhin erzählt habe. Es gibt da sicherlich auch andere Sachen, die man damit machen kann, aber das ist nicht so mein Fokus. Okay, also du beschäftigst dich größtenteils mit Optiken. Okay. Noch eine Frage hier. Wäre es möglich, auch Chips mit Gates zu produzieren? Oder braucht man da ein bisschen ausgefalleneres Zeug? Also wenn man versuchen würde, Halbleiterchips zu produzieren, bräuchte man ein Diffusor oder Ionen-Einfüge-Gerät für die Masken. Okay. Und, wow, just my imagination, in meiner Vorstellung, damit ich deine Vorstellung habe, wo habt ihr das aufgebaut? Habt ihr da irgendwie eine Garage oder habt ihr da spezielle Räume gemietet oder so? Also, unser Labor ist im Prinzip im Keller. Okay. Okay. Wow, wie soll ich das sagen? Gibt es da irgendwie Einflüsse, also wird euer Prozess beeinflusst von Vibrationen und Erschütterungen? Ja, also wenn man auf wirklich hohe Auflösungen rausgeht, also richtig ultrafeine Strukturen, dann bekommt man Probleme mit Oszillationen, also mit Schwingungen und beispielsweise vom Autoverkehr draußen oder sowas. Stimmt, also das habe ich mir auch so gedacht, genau. Das wäre ein Problem, wenn wir so eine technische Grenze von 10 Nanometer oder so unterschreiben wollten. Das ist auch nicht so einfach möglich in einem normalen Raum, in einem normalen Haus ohne ohne spezielle Isolation von diesen Vibrationen. Wäre 10 Nanometer mit eurer Technik theoretisch möglich? Ja, theoretisch geht das. Aber das ist nur so rein theoretisch. Mit unserem Aufbau noch nicht, aber so rein theoretisch wäre das möglich. Dann mit einem professionellen Aufbau könnte man bis auf 5 oder weniger Nanometer Strukturen runterkommen. Aber ich weiß da jetzt auch gerade nicht, was das tatsächliche Limit ist, also von der Technologie. Noch eine Frage. Wie holt ihr den Wafer nach dem Ätzen da aus dem Bad raus? Oder wie wollt ihr den beschichten? Also ich würde da gerne etwas durch Elektrolyse auftragen. Also elektrochemische Beschichtung. Das ist so das, was ich versuchen würde. Und noch eine andere Methode, die ich jetzt gerade leider nicht verstanden habe. Und das hängt auch so ein bisschen an der Art der Ätzung, die wir da verwenden, ab. Und wir suchen gerade nach einem zuverlässigen und reproduzierbaren Resist. Ja, Dotierung wäre natürlich auch was für Halbleiter-Geschichten. Und das mache ich eher nicht. Ich mache eher optische Sachen. Okay, ja. Wieder zurück zur Optik. Ja, verstehe ich. Und mal gucken, ob noch was hochkommt. Noch eine Frage. Wir hatten schon einiges und ich glaube, es war schon sehr viel Rückmeldung. Und ich habe jetzt keine neuen Fragen mehr. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und bitte nochmal Entschuldigung für die große Verzögerung. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es doch hingekriegt und darüber bin ich froh. Und ja, nochmal vielen Dank. Und ich möchte nochmal ankündigen, dass wir in ein paar Sekunden wieder rüberschalten zu der Herald News Show. Da drüben. Ah, okay. Gut, das war... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.